Hi, ich bin im Moment auf dem Lokalbund vom Tag in Nürnberg. Im Moment zum Beispiel im Stand von 94.5, einem Ausbildungsradio. Und hier redet sich total viel um das Thema Digitalisierung. Und Digitalisierung ist schon genau das richtige Stichwort, weil wir wollen am Freitag im Bayerischen Landtag von 14.07 Uhr mit euch über das Thema Digitalisierung in der Schule reden. Ich würde mich total freuen, wenn ihr noch vorbeikommt. Anmeldungen sind immer noch möglich. Also ich hoffe, wir sehen uns am Freitag ab 14.00 Uhr im Landtag. Thema Digitalisierung in der Schule.